Ich möchte ganz ganz herzlich begrüßen die beiden von Atelier Le Balto in Berlin. Guten Abend Marc und die beiden sind schon sehr lange im Garten tätig sage ich jetzt einmal und sehr aktiv. Sie sind beide in Frankreich beruflich sozialisiert und nach Berlin gegangen. Sie haben über mehrere verschiedene Dinge dort auch dann letztlich in Versailles Ecole de Paysage Landschaftsarchitektur studiert. Marc Bussol kommt aus der Praxis, hat einen Garten- und Landschaftsbau Hintergrund und Veronique hat auch verschiedene andere unter anderem planerische Ausbildungen vorher gemacht und das Atelier Le Balto ist ein sehr aktuelles, ein wirkliches Büro des 21. Jahrhunderts. Es ist nämlich 2001 gegründet worden und seit 2002 sind beide dabei und ich glaube ihr seid zu viert. Ist das richtig? Vier Personen. Also ihr beide habt die Gründung und die Leitung übernommen und die anderen habt ihr zumindest auf eurer Homepage als Mitstreiter bezeichnet. Weil Vorhaben glaube ich sehr interessant sein kann und ist, weil euer Vorhaben eines ist, das habt ihr 2006 schon so bezeichnet, die Gartenkunst anders zu interpretieren als es die Kunstgeschichte macht. Die Gartenkunst an ihre Grenzen zu bringen oder diese sogar zu überschreiten und die Die Einmittel zum Zweck ist der Einsatz der Pflanzen. Es geht aber nicht nur um die Pflanzen, sondern natürlich auch um räumliche Interpretationen. Aber die Pflanzen und dieser Schwerpunkt, der hat euch jetzt für uns ja für sehr, sehr geeignet erscheinen lassen, weil wir die Landschaftsarchitektur auch weiterbringen wollen und unter anderem dann mit diesen Jahresthemen Schwerpunkte setzen. Aktuell die Nominierung zum Bundespreis Stadtgrün zum Beispiel im Jahr 2020. Auch viele Wettbewerbe erfolgreich geschlagen und ist in ganz Europa tätig von Madrid, wo ich das Glück hatte, auch ein Projekt zu sehen, nämlich bei Matadero. Und bis nach Göteborg beispielsweise, wo die Jubiläumsparken, also der Park, ich glaube, sich im Moment in Realisierung befindet. Was bedeutsam ist, ist nicht nur der gekonnte Einsatz von Pflanzen, sondern die Verbindung von Interaktion mit den Personen, die den Garten dann auch verwenden. Mit Personen, die vielleicht auch sich nur für das Thema interessieren und mit dem Ort und dem Raum und den in eine poetische neue Gestalt zu bringen. Das ist ein Unikum und darauf freue ich mich jetzt sehr, mehr zu erfahren, was in den letzten 16, 15 Jahren da von euch weiter passiert ist. Herzlich willkommen! Vielen Dank, vielen Dank, Kiliika, für diese Einführung. Vielen Dank auch für die Anladung, dann nicht nur an der BOKU, sondern auch an den Berufsverband. Es ist auch sehr schön, dass Sie zwei zusammenarbeiten. Wir haben uns, unsere Titel, glaube ich, ist von den ersten zu den jüngsten Garten, wobei der Begriff Garten stimmt auch im Sinn von Park. Wir werden also schon den Maßstab des Parcs mittlerweile zeigen können. Und wir haben uns überlegt, so einen Spaziergang zu machen. Wir fangen mit dem Ort, wo wir auch unsere Büro haben in Berlin. Und dann mit dem ersten Garten, den wir gebaut haben. Das ist eben dieser Hof von Jardin Sauvage für den Palais de Tokyo in Paris. Die uns immer so weit und deswegen zeigen wir den auch gern und Sie werden sehen, durch diesen Spaziergang, wie auf welche Weise diese zwei Gärten uns immer wieder in unserer Arbeit. Und der letzte ist eben der Jubiläumspark von Göteborg, wobei der ist gerade im Bau und wir arbeiten an der Fahndung seit zwei Jahren. Und während dieses Bau, natürlich die letzten zwei Jahre, sind noch viel mehr andere Werk geboren oder sind gerade beim Entstehen und das werden wir nicht unbedingt sein. Also das ist eine Spaziergang, ein bisschen willkürlich. Ich werde, wir werden unsere Bildschirme teilen. Ich glaube, das ist möglich. Ja, wunderbar, funktioniert sehr gut. So. Und ein bisschen so als Support von dieser Präsentation steht dieses Buch. Eskalen, das ist die letzte Veröffentlichung, die wir gemacht haben, auf Französisch. Aber ich bin sicher, es gibt so bei den Teilnehmern sehr viele, die auch von Konkurrenz sind. Da gibt es sehr viele Bilder, also da ist immer noch zu erwerben bei Buchladen. Und hier so die kleine Reihe, die wir gemacht haben. Und ich glaube, als ich in Wien war, 2006, glaube ich, bin mir nicht sicher, oder 2007, nee, 2006. Wir hatten dieses Buch Archipel, L'Arte de Farel Giardini, gerade veröffentlicht, oder das war dabei. Und das war der Unlass für den Titel von meinem letzten Vortrag in der Vokug in Wien. Und Sie werden sehen, so dieses Thema, es gibt Nebengeräusch, vielleicht muss ein Mikrofon ausgestellt werden. Sie werden sehen, so wie Lili das auch sehr gut gesagt hat, dass dieses Thema der Kunst und der Grenze zwischen Gartenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Kunst für uns keine Grenze ist. Also sowohl in unserem Studium in Versailles war das sehr präsent und durch unseren Werdegang, wir haben für sehr viele Museen und Kunst- und Kulturinstitutionen gearbeitet. Und das bringt uns immer wieder in Beziehung zu dem Thema der Bildauer oder der räumlichen Auseinandersetzung von Künstlern, das werden Sie sehen. Das Buch Traverse haben wir gemacht am Rand von fünf Projekten, die präsentiert sind und dazwischen sind die Themen, die für uns wichtig sind. Und deswegen diese Zeichnung von Kompostierung, die sich seit 2001 alle Projekte irgendwie sich überlappen und bringen uns immer wieder zu den anderen, zu den neuen Ideen, wie ein Kompost, wie man Erde herstellt mit dem alten... In dem inneren Raum dieses Buch gibt es so zwei Seiten, die man ausklappt und da sind alle Gärten von dem ersten, das war sogar vor dem Kunstwerk Garten, das war Thema temporäre Gärten. Und damals gab es diesen Begriff temporäre Gärten, wurde da erfunden, 2000... 2000... 79... 79... 97... So alt ist das? Oder sind wir? Und der letzte... Mag... Kann ich das nicht erkennen? Das war in Bobur, aber das ist schon alt. Also mittlerweile gibt es noch mehr. Aber diese kleinen Piktogramme zeigen so schwarz-weiß, was für uns sehr wichtig ist oder immer wieder präsent, ist das Verhältnis von dem Raum für den Menschen und dem Raum für die Pflanzen. Und hier in diesen Zeichnungen weiß ist der Raum für den Menschen, wo der Mensch sich bewegt und das schwarz ist die Vegetation. Und man sieht so, dass das Verhältnis ist immer spannend im Sinn von einer Spannung zwischen beiden. Und uns wichtig ist, wie die Menschen so nah wie möglich an der Vegetation kommen, dass man einen anderen Bezug an der Vegetation bekommt. Und jetzt so grob dargestellt der erste Ort, wo unser Büro ist seit 2001 und auch der Ort der Experimentierung. Das zweite Bild ist der nackte Bohnen des Jardins Sauvage, der noch nicht da war, 2001 auch. Und das jüngste Park, da kann man wirklich von Park sprechen, das ist der Jubiläumspark für die Stadt Göteborg in Schweden, die wir ausführlich heute Abend euch präsentieren werden. Also dieses Jardin des Sais, das ist ein Begriff, der von Jean-Claude Nicolas Forestier kommt. Vielleicht hat einige Teilnehmer kennen diesen Namen, ein wichtiger Landschaftsarchitekt für Franzose. Weil das war ein der modernen Landschaftsarchitekt, der auch geholfen hat, den Begriff der Garten- und Landschaftsarchitektur zu definieren. In den 40er bis 60er Jahren. Und Jardin des Sais heißt ausprobieren. Und dieser Ort, der Hof von Kunstwerk in Berlin, ein Ort für zeitgenössische Kunst, ist zum Glück für uns ein Ort geworden, seit der erste Biennale Berlin-Biennale, für zeitgenössische Kunst, wo wir gefragt wurden, um den Hof als Garten zu umwandeln. Das war so der Wunsch von Klaus Wiesenbach damals und unserem Franke. Die Idee, dass man diesen steinigen Hof typisch, steinigen Hof von Berlin als grüne Insel in Berlin-Mitte. Da war ich nicht wirklich dabei, aber das hat Marc entwickelt in Bezug zu dem Rahmen der Wienerge. Das ist ein Stück der Buga. Damals war die Buga in Postham, nicht direkt in Berlin. Aber die Idee war, mit verschiedenen Garten, Baumschulen und Gärtnereien von Berlin zu fragen, für die Zeit der Berlin-Genau Bäume auszuleihen. Und das war damit so dieser temporäre Garten. Das war für zwei Jahre vorgesehen. Letztendlich ist dieser Garten von Frühling bis zum Herbst geblieben. Und als wir den Garten abgebaut haben, da war ich wirklich dabei, dann waren alle so traurig im Haus, dass sie ein paar Monate später im Winter, Dezember, Januar gefragt haben, aber könnt ihr nicht nächstes Frühling wieder? Man darf in diesem Hof keinen richtigen dauerhaften Garten bauen, weil das ein deckmalgeschützter Hof. Die Steine, die Pflaster sind deckmalgeschützt und wir dürfen nicht tief reingehen. Aber durch diesen Trick, den Begriff temporärer Garten, dürften wir, hier sieht man drei Prinzipien von Durchquerung des Hofes. Und wir haben sieben oder acht verschiedene Gärten in den gleichen Hof gebaut. Wieder abgebaut und wieder gebaut. Das ist ein der berühmtesten, die ältere Teilnehmer heute haben, vielleicht haben diese Garten gesehen 2003. Okay, das war nicht der erste, das war der dritte. Mit Hopfen, japanischen Hopfen, das ist nicht der Hopfen, der sich immer weiterentwickelt über die Jahre, sondern eine einjährige Pflanze, die sehr viel stärker duftet als den Hopfen, den wir kennen. Und eine ganz andere Atmosphäre seht ihr bei dem KW Garten Nummer 6, glaube ich, 2006, wo wir ein ganz anderes Prinzip hergestellt haben, mit einem einzelnen Hauptweg leicht erhöht, um den Blick des Betrachters zu ändern. Und eine schwarze Schlacke, die auch in Berlin sehr oft benutzt als Isolierungsmaterial, um diesen Lichteffekt, was wir gesucht haben, das Lichtaspekt der Bäume und der Blätter zu zeigen. Und das dritte große Prinzip, die wir für diesen Garten benutzt haben, ist eine Methode, die wir 2010, die die Neute Berlin-Viennale entwickelt haben. Wir haben vier große Inseln gebaut, mit sehr einfachen Mitteln, eine Stakettezaun, die eigentlich so auf die große Wiese benutzt ist, um die Schafe zu begrenzen. Hier begrenzen sie die Vegetation, das ist immer diese temporäre Töpfe. Man sieht die Töpfe nicht. Und hier sind vier große Inseln, die den Zugang zum Kunstwerk nicht versperren, aber so ein bisschen durch auf den Weg gebracht sind. Und ein Jahr später, nach der Biennale, wir haben einfach diese Insel auseinander gestellt und wieder organisiert. Dieses Mal nach dem Gesetz der Brandschutz, weil die Idee und die Anfrage des Direktors war, dass dieser Garten doch länger als nur ein Jahr bleibt. Und er entwickelt sich jetzt auch seit vier Jahren. Das ist für uns sehr schön, sehr angenehm, weil wir können die Franz täglich sozusagen versorgen, besorgen und beobachten. Ja genau, da wo das kleine Horn ist, sieht man eine Fikus und wir haben Feigen den ganzen Sommer. Und noch letzte Woche könnte ich eine Feige essen. In Berlin kann man heute Feige essen. Sehr viele Himbeer, das ist das Thema der Geflüge, also der Pflüggarten der Essbare Stadt, die auch diesen gleichen Preis gewonnen hat in Westdeutschland. Ja genau. Thematisiert. Und der zweite, erste Garten war der Jean-Marc Sauvage für den Palais de Tokyo. Und da gebe ich den Wort an Marc, der diese Garten nicht nur gebaut hat, sondern auch gezeichnet. Und gepflegt. Genau, es fängt immer noch mit diesem Pikto, wovon Veronique redet. Und hier sieht man fast in drei Dimensionen oder mit der Zeit vielleicht vier Dimensionen dieser Entwurf. Die Idee war ein ganz schmaler Weg, Passage für den Menschen zu machen und den in dieses Nicht-Ort einzuladen. Das war eine ganz tolle Chance. Die Architekten, mittlerweile sehr berühmt, Lacaton Vassal wurden beauftragt. Dieses Haus, der für die Expo 1936, glaube ich, gebaut wurde, um zu wandeln in ein großes zeitgenössisches Museum für Kunst. Und die haben diese zwei Passerelle oder Fußgängerbrücke gebaut, über dieses Loch. Dieses Loch, so eine große Stadtfuge, war eigentlich konzipiert von dem Ursprung, dass das Haus nicht direkt an der Szene ist. Dass man den schnell bauen kann und auch günstiger, ohne die Kräfte dieser Hang zu kontrabalancieren. Die haben einfach so einen Abstand und dieser Abstand war von dem Publikum raffiniert gemacht. Man sieht auch auf der Fassade, dass der Marmor eigentlich nur in dem dritten Stock oder zweiten Stock anfängt. Und unten ist dieser Ziegelstein und die ganze Technik dieses Haus. Und als Lacaton Vassal diese Brücke gebaut haben, dann haben die beiden Kommissär, Direkteur, Jérôme Sens und Nicolas Bourriot, dann dieses Problem festgestellt. Was machen wir da unten? Die Lacaton hat gesagt, das ist zu dunkel, da kann kein Garten wachsen. Wir sollen vielleicht Künstler da einladen. Und ich habe, nochmal zurück zu dem Kunstwerk, den riesen Glück. Ich war gerade bei dem Aufbau des ersten Gartens. Da sind die zwei Direktoren für deren Museum in Paris nach Berlin gekommen, sich rumzugucken. Und da wir gerade am Gärtner waren, haben die uns gefragt, ob wir da auch in Paris kommen können, um da auch einen Garten zu zaubern. Und haben dann auch gefallen, was kostet so ein Garten von Mathe-Live-Bike-Ton. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung und habe gesagt, ein Mercedes, ein schönes Mercedes, der auch den Auftrag bekommt. Nach ein paar Schwierigkeiten, die aber haben wir jetzt heute nicht zu erklären. Das Resultat ist das Wichtigste. Wir haben eigentlich, das war sehr interessant, nur mit zwei Skizzen, die beiden Direktoren überzeugt, dass man eigentlich in dieses Loch reingeht, dass die Pflanzen dieser Volumen füllen wird. Und Veronique schreibt es sehr schön im Buch, wenn man am Ende ist und sich umdreht, da sieht man diese wunderbare, typisch Pariser Kulisse in diesen Häusern. Und hier eine riesige Treppeanlage, die von dieser Avenue bis zur Seine bringt. Also schon eine sehr schöne Kulisse. Dieser schwarze Loch und diese helle Pariser Fassade. Da war kein Boden. Da wurde auch schon das ganze Müll, was sich viele Jahre gesammelt hat. Man sieht hier so die Schicht wurde schon abgeräumt. Und wir haben natürlich mit einer ganz besonderen Bodenarbeit angefangen, den Bodenbereichen, dass da überhaupt was wechseln kann. Vielleicht gerade zum Thema, dass wir auch fast alle unsere Projekte selber ausführen. Oder manchmal parallel mit Firmen und manchmal dann natürlich nur von dem klassischen Weg der ausführenden Firma. Hier der Pflanzplaner 1 zu 1 und die Bäume und dieser große Steg und die Entwicklung. Und hier nochmal ein Bild, wo ich später nochmal drauf kommen werde von unserem Partner in Loire, der zweite Markt und den Garten nach ein paar ersten Jahren, ich glaube das war der zweite Jahr, wie er sich entwickelt, wie die Pflanzen anfangen sich den Raum zu erobern. Danke. Das war in der Skizze vorhin schon. Man sieht hier die Realität. Nochmal vorher, danach, das ist genau zehn Jahre später. Man sieht, wie die Kletterpflanzen den Kraft finden, um zum Licht zu wachsen. Die wir schief gepflanzt haben, sich wieder umdrehen und auch zum Licht weiter wachsen. Das, was wir im Hintergrund vorhin hatten, der Garten von oben, wo man auch sieht hier, ich weiß nicht, wie viele von euch das erkennen können, das sind ganz einfache Brennnessel, die von allein gekommen sind. Die Brennnessel von oben schön aussehen, neben die ganz klassische Farne oder hier die Gizine, der japanische Wein, die Aralie, die Palme natürlich und hier die Güterbäume. Ein sehr schöner Blick natürlich von oben. Hier die schief gepflanzten Götterbäume. Wir haben die Flocken gerade gemacht und die Bäume dadurch schräg, die dann dieses natürliche Bild dann erzeugt wie im Wald, wo Bäume nie gerade wachsen, weil deren Anfang immer sehr schwierig ist und die selber deren Position finden müssen. Das war ein sehr schöner Ansatz, das war von unserem Partner Marco, der hat das ganz spontan vor Ort. Man kann zehn Jahre später das Ergebnis sehen. Das ist eine sehr viel Inspiration für unsere weiteren Werke. Hier nochmal der Marc, nicht beim Pflanzen, aber auch beim Wegnehmen. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Gärtnens. Man muss nicht immer was dazu bringen, aber manchmal muss man auch wieder Räume schaffen, was wir ja selber gepflanzt haben. Hier nochmal die schrägen Bäume. Mich faszinierend. Und einen kleinen Link zu Roncusi, der oder auch eigentlich alle Skulpturen, aber den mögen wir besonders. dieses Werk oder diese Haltung von der ursprünglichen Materie, hier wieder ein großer Baum, Form wegzunehmen, um die tatsächliche Skulptur oder Werk zu bilden. Das haben wir auch einmal in New York gesehen, wo Veronique da unseren weitesten Vortrag halten dürfte, wo wir immer noch nicht wissen, ob das eine Skulptur ist, ein Spaß von der Landschaftarchitekt oder von einem Gärtner. Also direkt in dem Felsen, der noch nicht dienenmäßig fließt oder wie die Blätter sich da auch sagen. Eine sehr schöne Inspiration für uns. Im eher harten Kontext, das war ein Franken in Süddeutschland, wo wir die Asphaltdecke nicht weggenommen haben, aber weil die auch ein sehr schönes Zustand waren, wo wir die nur geschnitten haben und dann natürlich den Unterbau noch weggenommen haben und um einen Boden neu zu stellen und dadurch einen ganz ungewöhnlichen Garten zu bilden. Hier nochmal das Asphalt, gerade abends oder nachts. Hier ein Schatten drauf, hier nochmal so ein dunkles Material. Eigentlich haben wir auch die Plankleisten der Parkplatz gelassen. Das war damals das Unterfall. Das sind jetzt einfach Teil des großen Garten oder der kleine Park. Diese Formen inspirieren uns auch gerade für einen Garten, die wir angeboten haben in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn, also außerhalb Berlin, die Großdehnung, wo wir gerade einen Garten bauen und hier sehen wir wieder oder dieser verdichtete Schotter und die großen Pflanzbeete, die dann bespielt werden. Nochmal der Versuch zu sagen, dass vielleicht unser Projekt ein einziger Projekt ist, den wir immer weiter spiegeln oder mit dem wir immer im Dialog im Kopf sind. Nochmal von der Bennische Galerie, die uns auch angefragt haben, einen Garten zu haben. Hier ist nochmal ein Kunststück von Fritz-Balthaus, so eine große Scheibe, so wie so ein großen Fragenzeichen, der den Raum schneidet, aber den wir als Kulisse betrachtet haben. Hier haben wir wieder, weil da kein Boden war, den Asphalt viel dicker dieses Mal geschnitten. Und mit so einem Motiv, der die Berliner Baustelle ein bisschen überspitzt, wo wir da ganz konzentrierten Pflanzungen gemacht haben, die dann mit dieser Scheibe im Dialog treten. Auch die Lust selber anzupacken, hier diese erste Baumpflanzung, Loch. Hier das Resultat der erste Frühling mit der Felsbirne, die hier zwischen unseren Planken weiter wächst. Und nochmal ein Dialog mit dieser Scheibe, aber auch natürlich mit der Umgebung. Das sind die Überbauten oder hier die, das war eine Glasfabrik, die als sehr wichtiges Kunstmuseum in Berlin transformiert wurde. Genau, das Spiel, dieser Asphalt, als Spiegeneffekt mit unserem Garten. Du wolltest da ein paar Worte sagen? Ich wollte eine Kunstpause einbauen und die nächsten drei Bilder ohne Worte betrachten. Ich glaube, die erklären sich von allein. Das ist jetzt weiter Überarbeitung dieser Idee, in dem Asphalt einzugreifen. Ich glaube, das ist jetzt gerade in Hamburg ein Projekt, auch ein Hof oder Parkplatz. Der Hopfen kommt nochmal, hier gemischt mit Bohnen und eigentlich eine wichtige Sammlung von verschiedenen Kletterpflanzen, die den ganzen Jahren den Ort transformiert und sehr schöne, von seiner Orientierung in Hamburg sehr schönen Schattenspiele auch inszeniert. Also diese ganzen Subjektivität eines Projekts, was man auf einen Plan oder bei der Ausführung oder bei dem Leistungsverzeichnis gar nicht bestellen kann. Schatten, ein sehr schön deutscher Wort, Windschatten, gibt es auf Französisch nicht. Auf Französisch ist es abri du vent, vom Wind geschützt. Windschatten ist sehr schön. Also die ganzen Sachen, die eigentlich einen Garten machen, die verschiedenen Lichtverhältnisse und die Umgebung natürlich. Nochmal das Wegnehmen, hier Mark und Veronique, volle Begeisterung in Aachen, auch ein Park für ein Kunstmuseum, wo wir da auch Platz schaffen. Und vielleicht noch ein Begriff oder eine Attitüde von uns, dass wir auch mit dem Wegnehmen, auch Recycling und mit dem Schnittgut ganz oft direkt vor Ort eins zu eins neue Formen bilden, wo die Menschen nicht mehr drauf laufen möchten wollen. Und eher die Tiere sich ansammeln oder die jungen Vegetationen in Ruhe anfangen, durch diese Beete zu wachsen und eigentlich eine neue Strat in dem Park bilden können. Hier nochmal eine ganz unmotivierte Ecke des Parks, das gibt es in sehr vielen Parks, wo der Gärtner gar nicht weiß oder nicht mehr weiß, wo er aufhören soll und so ganz komische Formen entstehen, die nicht mehr lesbar sind. Und wir versuchen, die gerade mit dem Schnitglut wieder lesbar zu machen und dass sie sich auch wieder natürlich befühlen. Das ist gerade in dem Brücke-Museum in Berlin, im Grünen Wald, wo wir das auch geschafft haben. Hier sieht man den Museum dahinter, den Nachbarmuseum, in dieser Zaun und auch eigentlich ein ganz unmotivierter Ort. Man sieht, dass nach unseren Passagen die zwei Museums sich auch entschieden haben, diesen Zaun wegzunehmen. Und hier ist der Dialog vom beiden Museums und diese großen Kirchen. Das ist ein großes, neuer Beet, wo natürlich ganz viel neu wachsen wird, weil der Gärtner da nicht mehr drüber fährt. Das ist ein Thema, dass man manchmal die Bäume zu nahe zueinander pflanzen. Das wird uns oft beworfen. Dann zeigen wir oft solche Bilder, Spaziergang in Wälder, wo hier eine Kiefer und eine Buche ihren ganzen Leben. Oder hier, wie wir auch mit dem Wegnehmen von Vegetation Räume schaffen, Wege, Lichtverhältnis, Schatten und Licht. Hier so eine kleine Haarhorn-Population von verschiedenen Jahren, also ganz jungen und älteren. Hier Vionic beim Aufräumen. Hier nochmal die Inziehung von Bäumen, die schon da waren, in einem Park. In Aachen wieder. Also das Arbeiten mit dem Bestand, mit dem Lebendig, wo unsere Pflanzung sich sogar von hier, von dem Rahmen wieder befreit. Eine große tote Weide, die wir auch gefällt haben und nicht gleich weggeschnitten haben, aber weiter inszeniert in dem Park. Inspiriert von den sehr berühmten Penonen, wobei das hier ein Guss ist und wir mit dem, sogar dem natürlichen Baum da weiterarbeiten. Um auch vielleicht diese Bilder vom Gärtner vom Park leicht zu ändern. Das sieht man eigentlich nie in einem öffentlichen Park. Hier in einer berlinischen Brache, wo wir nur die Götterbäume bis auf zwei Meter geschnitten haben, dass man darunter einen schönen Raum hat. Ein sehr schöner Lichtverhältnis. Jetzt gebe ich für den letzten Projekt wieder den Wort an Lürenic. Ich werde es nicht viel pro Bild erklären, sondern als Marc gesprochen hat, habe ich notiert, die vier Punkte, die uns, glaube ich, wichtig sind. Bei allen Projekten, die wir gemacht haben, ob das ein kleinerer Garten ist, ein älterer Garten ist von 2001 oder 2020. Das ist ein kleinerer Garten, der sich immer noch wichtig sind. Der erste, also wir blättern durch die Bilder in der Zeit. Ich sage nur ganz kurz, das geht um diesen Jubilionspark in Göteborg, der in der ehemaligen Industrie, der Hafen von Göteborg. Der ehemalige Hafen ist im Zentrum der Stadt Göteborg. Und er hat sich natürlich überlegt, daraus ein neues Wohnviertel zu etablieren. Und die Entscheidung war, auch mit dem Park anzufangen. Und dieser vierte Punkt ist, Sie werden sehen durch diese Bilder auch, dass wir öfter mehr wegnehmen, als was wir addieren. Also was auch Marc jetzt deutlich gemacht hat. Ausschneiden, wegnehmen, um den Raum, das Licht wieder in den Vordergrund zu stellen. Der zweite wäre, mit dem Vorhandenen zu arbeiten. Da in der Stadt Göteborg, das war diese riesige Asphaltfläche, aber auch die Pioniervegetation, die sich seit zehn Jahren entwickelt hatte. Besonders an der Böschung entlang des Wassers, der Wasserbecken. Und das Vorhandene ist da natürlich der Wohnen, also Asphalt in dem Fall, die Vegetation. Aber es ist auch die Blickebeziehung, die schon vorhanden sind. Das Licht, die Lichtverhältnisse in Göteborg, in Schweden, das ist sehr besonderes. Der Himmel, wir haben gesehen von dieser Zeichnung von Nils, die Pastellarbeit, das war, um für uns klar zu machen, was ist dieses besondere Licht in Schweden. Zwischen elf Uhr und fünfzehn Uhr, manchmal sehr lang, aber auf jeden Fall immer sehr stark und so stark wie der Wind. Und auch die Farbe, die besondere Farbe von einem Ort, also man spricht von Genius Lodgy. Das beinhaltet vielleicht alle diese vier oder fünf Punkte, Boden, Vegetation, Blick, Licht und Farben von einem Ort. Das dritte ist, wir haben heute nicht sehr stark darüber gesprochen, die Partizipation, wie wir die Orte, die Park und die Gärten für die Menschen machen. Für die Pflanzen, die Vegetation, aber auch für die Menschen, wie die Menschen nicht nur ankommen, wann der Park fertig ist, sondern während des Bauens. Und ich glaube, da... Ja, aber... Da sind die Pflanzen. Und da sind die Menschen. Wir haben ein Testbett bei diesem Park. Also wir haben zwei Jahre lang geplant und in der Zeit der Planung aber schon einige Stücke des Parks umgesetzt. Mit etwa 100 verschiedene Leute, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen. Und das war die Idee der Stadt, dass die Leute, die Bewohner von Göteborg, das verstehen, wie man einen Hafen in ein neues Wohnviertel, in einem neuen Park umwandeln kann. Und wie wir das auch tatsächlich ganz konkret machen, so hier mit dem Rausschneiden der Asphalt, mit der Einladung der neuen Pflanzen, die sich an der bestehenden Vegetation orientiert, mit sehr viel Pioniergehölze, aber auch neue, fremde Vegetationen. Der vierte Punkt ist die Pflege. Wir haben seit 20 Jahren gelernt, oder wir wussten das schon, bei dem Palais de Tokyo, der Jeanne Sauvage, haben wir selbst zehn Jahre lang gepflegt. Weil ein Park, wenn er fertig gebaut ist, fängt nur an zu leben und ohne Begleitung der Entwicklung der Vegetation verliert man, denken wir, mehr als 50 Prozent der Arbeit der Landschaftsarchitekt. Das ist die Möglichkeit und wir hoffen, dass wir in Göteborg auch die Möglichkeit haben werden, den Park weiter zu begleiten, mindestens über die drei, vier ersten Jahre, bis wir verstehen, wie die Dynamik selbst der Vegetation ist. Und dass man das im Sinn der Vegetation, der dort ist, der auf diese Wind reagiert oder auf die Densität des Publikums auch reagiert. Wir haben eine Auswahl der Vegetation gemacht, der auch sehr stark, also der sehr viele große Dichte der Stadt ertragen kann. Und das ist wirklich so die Aussage mit diesem Park in Göteborg, dass durch die Begleitung, also durch das Testbett und die Entwicklung des Testbests, dass wir die Vegetation auswählen, die sich über die nächsten 20 Jahre entwickeln wird. Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss vor Ort kommen. Hier sieht man sehr stark die Veränderung zwischen den Pionieren, wegen der Birken, die von allein gekommen sind über zehn Jahre und die jungen Pappeln, die wir gepflanzt haben. Auch für uns als Tests, um zu gucken, ob sie in diesen Bohnen, in den vorhandenen Bohnen der Industriehafen wachsen können. Das ist auch ein Erfolg bis jetzt. 1,5 Jahre ist dieses Testbett hier auf dem Foto. Die Menschen, die ersten Besucher an der Universität. Hier sieht man die Mischung von Pionier, Gehörs und Fremden. Der Geschenk der Stadt von einem anderen Viertel, große Pinien dort umzupflanzen. Auch wieder ein Experiment, das sehr gut funktioniert hat. Zum Schluss ist noch mal. Ein kleiner Umweg zu dem Wasser mit so einem neuen Ponton, der diese sehr schöne Zeichnung von unserem Mitarbeiter, dieser Akryl zeigt und hier inszeniert mit einem direkten Blick zu dem Hafen, der noch funktioniert, aber auch zu der Innenstadt hier auf der anderen Uferseite. Das ist unser Bauherr. Und das ist das Blick zurück zu einer, wieder eine Skulptur von Architekten aus Berlin. Raumlabor, sicher für euch auch bekannt, die diesen Sauna vor ein paar Jahren gebaut haben und so ein schwimmendes Schwimmbad. Hier die Vegetation, die wir vorgefunden haben. Also ein Schritt weg von dem Park. Hier wieder. Hier dieses Lichtverhältnis und auch dieses Ungleich von dem Hafen, der auch hier noch funktioniert. Dieser Wasserspiegel von der Raumlabor. Und hier ein bisschen auf deren Architektur. Die haben wirklich tatsächlich dieses Parkprojekt und die Stadt, glaube ich, sehr inspiriert, den Ort zu transformieren. Und wir haben versucht jetzt mit unseren ersten Versuchen von Park auf diese sehr starke Architektur zu reagieren. Mit unseren Mitteln. Also hier Zittelpappel, Asphalt, Steine und Schatten und Lichtverhältnisse. Ich glaube, das ist das letzte Bild. Oder vielleicht, Veronique, das Schlusswort zu der Pflanzenstrategie. Du hast das ja auch gleich am Anfang erwähnt, dass bei uns Pflanzen dieses Lebendig eigentlich auch ein des wichtigsten Punktes ist. Diese Dynamik, die wir da bringen und die sich dann auch von allein dann weiterentwickelt. Das ist der Gesamtpark nur mit dem Pflanzenkonzept. Und das letzte Bild ist, wie es bald aussehen wird. Man sieht in der Mitte nochmal sehr inszeniert dieser Sona und Schwimmbad. Und wieder ganz hinten die Silhouette der Stadt und ganz vorn den Park, der gerade in Entstimmung ist. Und hier der kleine Stück, den wir so als Testbett angelegt haben und der immer noch bleiben wird über die Baustelle. Das ist jetzt wieder die gesamte Truppe von Mathieu LeBalto. Veronique vorne, ich hinter, Marc Vatinelle, Perangère, Ludivine und der Fotograf ist Daniel, der diese wunderschönen Bilder malen kann. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt gehört natürlich der Applaus, aber das ist schwierig online. Ich hätte noch länger zuhören können, muss ich sagen. Ich habe inzwischen ein paar Fragen bekommen, die ich gerne weiterleiten möchte. Und zwar, ich nenne jetzt auch die, damit die sich dann auch wiederfindet. Ilva Petrik-Heide schreibt, ob für die Projekte der Boden verbessert wird, vor allem bei diesen ausgeschnittenen Asphaltflächen, oder ob der Boden so belassen wird, wie er vorgefunden wurde. Wir haben eigentlich genau, die Frage ist schon die Antwort, mit beiden Versuchen, mit dem vorhandenen Boden, den wir dekompaktiert haben. Und wir haben ganz viele verschiedene Tests mit Sand und Lehm und verschiedenen Granulate auch gearbeitet und beobachten jetzt, ab jetzt, wie die Bäume sich da verhalten. Es gibt, glaube ich, keine richtige Antwort, wie man solche Böden verbessern kann. Aber wir vertrauen sehr der Natur und auch die Natur. Wir werden dadurch sortiert. Wir werden da keine Rhododendron pflanzen oder kein Bombus. Aber wir versuchen tatsächlich das vorhandene. Wir gehen auch immer bei jedem Projekt direkt zum Botanischen Garten und reden da mit dem Gärtner, die eigentlich den größten Wissen über das Klima dieser verschiedenen Städte haben. oder auch am liebsten direkt bei der Baumschule, die auch sehr viele Ideen sammeln und davon profitieren können. Also gar keine Regeln, aber immer wieder versuchen. Danke für die Antwort. Ich habe noch eine Frage, also erstens gibt es Lob auch. Danke für diesen wunderbar inspirierenden Vortrag und das tolle Arbeiten mit Pflanzen von Sabine Plenk, von Birgit Kovaschitz, sehr spannende und richtige Denkansätze. Die gezielte Bepflanzung mit Götterbäumen wäre interessant. Warum? Warum Götterbäume? Das würde in Österreich vermieden werden wahrscheinlich. Wunderschöne Projekte und danke für den Einblick. Also die Götterbaumfrage, weil das ja Neophyten sind. Ja, die Götterbaum bei dem ersten Garten, der Jardin Sauvage im Palais de Tokyo, er ist unter der Avenue der Präsident Wiltson. Die Avenue ist mit Götterbaum gepflanzt, also als Alleebaum. Historisch. Historisch, also ich denke in den 50er, 60er Jahren. Natürlich hatten wir ein paar Samen, die von oben gekommen sind und dann haben wir gesagt, dann spielen wir auch, wir spitzen das noch weiter, mit auch der Bepflanzung der Götterbaum in dieser Schräg, wo man auch die Bewegung der Baum sehen könnte. Der heißt auch in Spanisch, glaube ich, Arbol del cielo. Und das ist der Baum, der richtig zum Himmel hingeht. Und natürlich, er wird vermieden, wissen wir auch, und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Provokation zur Debatte. Das wird ihn auch sehr gerne benutzen, weil das ist ein wunderschöner Baum. Es gibt wunderschöne Exemplar hier auch in Berlin-Mitte bei dem Krankenhaus. Die werden als alten Baum auch sehr elegant. Und der Professor Kovarik, in Deutschland bekannte Professor über die Botanik, hat auch große Berichte geschrieben, wo er genau zeigt, in welchen Bereichen der Götterbaum vermeiden werden sollte und in welchen Bereichen er eigentlich zugelassen werden sollte. Und gar kein Schwarz-Weiß, kein Götterbaum mehr in der Welt. Ich habe eine Frage von Raphael. Wie kommen Sie zu Ihren Aufträgen, im Speziellen zu den Museumsprojekten, die Sie vorgestellt haben? Eigentlich durch absoluter Zufall. Vielleicht doch die ganzen Zünden etanziert. Wir haben mit dem Daniel Sprenger auch Landschaftversteckt in Berlin und der Verband der Landschaftverstecktur, das BDLA, damals die temporären Gärten in Leben gerufen. Und mir war ganz wichtig damals, also in den 90er Jahre, eigentlich war das ein bisschen ein versteckter Titel. Sehr viele Leute haben sich über das Temporären geärgert. Ja, Landschaftverstecktur und temporär, das passt ja gar nicht zusammen. Wir müssen für immer pflanzen. Du, Marc aus Versailles, du musst es doch wissen. Und meine Idee dahinter war eigentlich, den Thema Garten wieder vorn zu legen bei der Landschaftverstecktur in Berlin oder in Deutschland. Garten, kann man heute gar nicht glauben, war absoluter Tabu-Wort in Versailles und in der TU Berlin. Und ich glaube, in München haben wir auch mal kurz mit Regina Keller auch darüber geredet. Das war auch, glaube ich, Tabu. Man spricht von Parks und Grand Paysage, großer Landschaft. Und bei temporären Gärten habe ich natürlich der Garten wieder in den Fokus gebracht und gelungen, angefangen mit den Kunstwerken, also ein sehr wichtiger Ort für seitwienerische Kunst in Berlin, dass sie sich auch für Gärten interessieren und Gärten auch als, wie die Malerei oder das Tanzen, auch als Kunstform zu sehen, Disziplin zu sehen. Und dann hatten wir die Chance natürlich, dass gleich nach dem ersten Garten in Berlin wir in Paris eingeladen wurden. Und dann in Madrid hast du gesagt, Lili bei Matadero. Und das war so ein bisschen Boule de Neige, dass wir immer gern da eingeladen werden. Es gibt auch immer mehr Museen, die sich für den Freiraum wieder interessiert. Das ist natürlich auch sehr spannend. Wir arbeiten gerade in dem Brücke-Museum in Berlin. Und jetzt noch mehr, also Corona, neue Zeiten. Ich hoffe wirklich temporär. Schon sehr interessant, wie der Freiraum auch jetzt neu geschätzt wird. Ob das von dem Museum ist, aber auch allgemein in Städten. Danke. Ich habe einige Fragen. Wie kann man etwas zusammenfassen? Das hätte ich nämlich sowieso noch wissen wollen. Wie das Verhältnis ist bei euch zwischen dem Handwerk, das ihr selber ausübt. Und dem Entwurf für den Garten. Das sind dann noch Fragen, die dazu passen. Nämlich die Frage von Marlies Rief. Wie viele Projekte könnt ihr selber bauen oder begleiten? Oder ist es bei allen der Fall? Und bedanke ich auch für den spannenden Vortrag. Und dann auch noch die Frage, wie die Zusammenarbeit von euch mit dem Stadtgartenamt ist. Und wie die dazu stehen, zum Beispiel in Göteborg. Also das sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Das eine ist das Handwerk und der Entwurf. Und in dem Zusammenhang auch, wie viel ihr selber leisten könnt an handwerklicher Pflege auch weiter. Und das zweite ist dann die Frage, wie, und auch die Frage, wie die von euch erarbeitet werden. Das ist so das Handwerkspaket. Und dann die Frage, wie das zusammengeht mit dem Auftraggeber einer Gemeinde wie Göteborg. Ich komme auch gerade zurück aus dem Rückenmuseum, wo wir heute den Passio gepflanzt haben. Und das ist uns sehr wichtig, weil bei dieser handwerklichen Tätigkeit, wir lernen immer wieder etwas Neues. Ich habe viel gelernt, dass es in dem Passio schon eine immergrün, diese Winkermayer, da war, was ich vorher nicht gesehen hatte. Und wo wir gepflanzt haben, wenn wir gesehen haben, die ist da eigentlich umgesetzt. Und die wird unter unserer neuen Bepflanzung sich auch weiter... Wir sind selbst auf neue Bilder gekommen. Und durch das Machen, kriegt man auch wieder etwas zurück und Inspiration für die Nächste. Und wie viel wir machen können, wir passen auf, dass es nicht zu viel Arbeit ist. Da sind keine Gärten, die sehr großen Pflegeaufwand brauchen. Zum Beispiel der Garten für die Berlinische Galerie, die wir gebaut haben, begleiten wir immer weiter. Natürlich fahren wir da vorbei mit dem Fahrrad und das reicht immer mit dem Werkzeug in der Tasche, dass man ein paar Essen rausnimmt, weil die zu viel auf den Bürgersteig kommen. Und das ist relativ schnell gemacht. Und dabei können wir auch beobachten, wie der Garten sich weiterentwickelt. Also wie viel... ich glaube fast alle Garten. In Matadero haben wir zum Glück einen Gärtner, den wir die ersten zwei Jahre ein bisschen eingeschult haben in unserer Sicht. Er war selbst schon Gärtner und er hat dann das übernommen. Und manchmal schickt er uns Benachrichtigungen oder Fragen, wie das weitergehen soll. Und die Zeichnungen können Marc... Vielleicht die Frage zu den Handwerklichen. Ich glaube, das fängt ganz früh bei allen Projekten diese ersten Skizzen auf Augenhöhe. Wobei die gerade nicht auf Augenhöhe ist, für die sich da ein bisschen kennt. Die ist eigentlich auf Kinderaugenhöhe. Man sieht die alle Personen ein bisschen größer und über die Horizontlinie. Und sie haben die Bilder gesehen, wie die Kinder wie so auf einer Rennbahn, jeder seine Bahn durch die Pappen und Weinen rennen. Ich glaube, das handwerklich fängt bei der Skizze an, wo wir auch schon testen, bei Skizzieren. Das ist jetzt ein Skizzeschnitt. Wie dick ist das Beton? Wie tief müssen wir da in den Boden? Wird der Asphalt von allein stehen oder braucht er neue Limits? Wie nimmt man die Umgebung auch noch mit? Schon alles in der Zeichnung. Und ich glaube, unser Ziel mit Veronique ist bis zum Abnahme, wo der Garten anfängt, dass wir diese Leichtigkeit oder diese Skizzenhaft auch in den Entwurf, in den Vorentwurf, aber auch in die Ausführungsplanung weiter treiben. Dass es ja nicht ein ganz anderes Projekt ist, aber dass wir diese Atmosphäre bis zum Schluss, und da ist natürlich bei der Bauleitung oder Baubegleitung der Firmen ganz wichtige Entscheidungen noch, die wir offen lassen in den Entwurf, um zum Schluss diese Leichtigkeit der Zeichnung noch zu haben. Ich glaube, das ist das große Paris-Wette. Deswegen arbeiten wir sehr viel mit den Skizzen, auch mit der ausführenden Firma. Wir schicken da immer Skizzen, dass sie das verstehen, und nicht nur auf diese starren Autotagpläne, die etwas ganz anderes erzielen. Eigentlich sind die Autotagpläne dafür da, dass man die Menge der ganzen Bewegungen, die ganze Materie in die genaue erste Form bestimmt. Der Natur macht dann das Rest zum Thema Handwerk und Projekt. Aber jetzt noch die zwei konkreten Fragen. Macht ihr jemals Pflegeanleitungen oder Konzepte? Das war eine Frage. Und die zweite, wie kommt das jetzt zum Beispiel beim Gartenamt von Göteborg an? Ja, also der Gartenamt von Göteborg hat mit uns dieses Testbeet gebaut. Die große Lkw, die man sieht, die große Geräte, sie sind von der Stadt, von den Mitarbeitern der Stadt gefahren und die haben nach unseren Plänen gebaut. Also das war ständig... Was ist das für den Mut? Den Mut haben und sagen, das geht auch anders als Ausführungsplan, Ausschreibung, Leistungsverzeichnis, ganz genau, ganz viele Dinnen drin. Und dann lasst man machen und dann macht man Kontrolle. Man kann wirklich viel mehr im Dialog und an der Hand arbeiten. Und das ging bis jetzt mit der Stadt Göteborg und für die Pflege. Sie haben selbst auf unsere Pflanzpläne, wir haben auch ganz genau Pflanzpläne gemacht und sie haben darauf geguckt und sie haben selbst auch gesagt, von deren Stand oder von deren Pflegekapazität. Ihr wollt zum Beispiel sehr dicht pflanzen. Wir pflanzen immer sehr dicht, dass es von dem ersten Jahr die Vegetation sehr präsent ist. Und dann das regelt sich von alleine. Einige Pfanz werden von alleine angehen oder man nimmt auch ein paar raus, um die Vegetationsentwicklung zu begleiten. Und die Stadt hat uns gesagt, ja, machen wir das, dann spielen wir auch mit wirklich und dann müssen wir noch mehr, noch dichter pflanzen. Wir waren selbst ein bisschen überrascht. Und also wir werden sehen, dass nächstes Jahr weiter die Erdemodellierung kommt und dann die Bepflanzung. Und dann werden wir auch nach Göteborg hoffentlich fahren können, fliegen können. Und das auch mit den Gärtnern, also da wird wahrscheinlich eine Firma beauftragt, aber wir werden mit dem Gärtner selbst so die erste Bepflanzungstag verbringen, um das nochmal zu präsidieren. Und kann es dann auch sein, dass sich euer Plan ändert während der Bearbeitung, so wie beim Genre-en-Movement, dass das also nicht diesem endgültigen Bild… Auch selbst entscheiden, welchen Weg er gehen soll und wir als Gärtner oder Planer begleiten das und Lernen von der Entwicklung. Und die Stadt Göteborg ist anscheinend auch bereit, diesen Weg zu gehen. Und noch zwei Fragen sind da jetzt gekommen, die ziehe ich jetzt vor, wobei ich die Frage nach der Zusammenarbeit auch noch stellen werde. Dekla Gedeon fragt, wie würden Sie Natur neu definieren? Und würden Sie wichtige Faktoren wie Digitalisierung, permanente Präsenz von Technologie, gerade im städtischen Kontext in ihre Definition und in ihre Entwürfe einwiesen lassen? Was ist Natur für euch? Wie definiert ihr das? Und was macht diese andere Technologie in eurem Arbeitsablauf? Welche andere Technologie? Digital. Digitalisierung. Digitalisierung. Oder Technologie wahrscheinlich auch vielleicht… Oder in diesem von der… Alle Einrichtungen der… Der digitalen Gärten zum Beispiel. Also die Definition von Natur haben wir auch nicht darüber gesprochen. Wir haben uns auch nie das gefragt, was ist jetzt meine Definition von Natur. Wir sind Stadtmenschen, wir leben in einer großen Stadt in Berlin, aus einer kleinen Stadt. Ich habe nie in der wilden Natur gelebt. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Angst. Aber wir fördern die natürliche Wachstum und vielleicht das Bild, was ich habe von einer wilden Natur. Das heißt nicht umsonst der Jardin Sauvage, also der wilde Garten. Ich habe es auch einmal einem Freund in unserem Buch, Les Pieds sur Terre, gezeigt. Und er hat nur ein Wort gesagt, nur wild. Und die Technologie… Ich muss sofort an diesen vertikalen Garten denken, weil das auch gerade immer noch… Also gerade nicht, aber seit drei, vier Jahren in der Mode ist und sehr faszinierend ist. Und wir kriegen ständig Anfragen von Architekten, ob wir vertikale Begrünung machen können. Und wir bleiben immer noch an dem Boden verankert. Also wo wir sagen, versuche an dem Fuß des Gebäudes mindestens 60-80 cm Boden anzubringen, dass wir mit Kletterpflanzen arbeiten können. Und unser letztes Beispiel, der sehr oft jetzt schon publiziert war, ist der Garten, der vertikale Garten von Oberhausen, was wir mit Kün-Malwetsi entwickelt haben. Und eine ganz andere Frage, die bezieht sich auf eure Zusammenarbeit im Büro. Ob jeder eine spezielle Rolle hat und wie er das abwickelt. Das ist so die Malerei von Nils Lashkarev, unser Dritter, der hier auch sitzt im Saal. Der macht aber auch eben, also von Anfang an, so diese Aufnahme der Licht-Fahr-Verhältnis, der uns für den Entwurf inspiriert. Und dann entwickeln wir die Idee weiter im Dialog. Also von Skizze, Marc macht meistens so diese Handskizzen, die ihr heute gesehen habt. Und wir sprechen ständig von einem zu den anderen. Und ja, Nils macht diese Malerei, aber er macht auch die Ausführungsplanung ganz genau mit AutoCAD. Ich glaube, wir kreuzen unsere Fähigkeit ständig in der Zusammenarbeit. Ja, spannend, wie so viel mit so wenigen Personen bewältigt wird. Das ist faszinierend auch, muss ich sagen. Das sind die Modelle, die wir bauen. Das geht aber auch sehr schnell. Technologie. Technologie, ja. Gut, ich würde gern, glaube ich, zum Ende kommen. Es gibt aber noch eine Frage, nämlich wie diese scharfen Asphaltkanten, ob die scharfen Asphaltkanten bei diesen ausgefressenen Rechtecken lange rechteckig bleiben oder ob die auch Brüche bekommen. Je nach Qualität der Asphaltkanten. In dem Park von Reau, das ist eine kleine Stadt in Süddeutschland, wir testen vorher und da war der Asphalt 12 cm stark und in dem Fall, das ist klar, dass er bleibt. In dem Park in Hamburg, da wo diese Bambus mit Kletterpflanz, das Beispiel, da ist der Asphalt eine ganz dünne Schicht über ein Pflasterbelag. Und da sind weitere Brüche und das werden, also wir haben die konsolidiert. Das war verrückt, weil das ist ein Garten, ein Park, den wir mit ganz vielen Bewohnern entwickeln. Und es gab so zwei Nachbarn, die gekommen sind und die haben alle jede Ecke befestigt. Das heißt, die Mitwirkung funktioniert auch auf handwerklicher Ebene. Absolut. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und es war sehr schön, diese neuen Projekte auch zu sehen von euch. Die Bilder sind auch sehr schön und faszinierend, die ihr zeigen könnt. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel gärtnerische Arbeit, damit wir dann in 10, 20 Jahren wieder was Tolles sehen von euch. Hoffentlich schon früher. Ich möchte nur ganz kurz noch ankündigen für alle, die noch hier sind, dass wir jetzt am nächsten Donnerstag und den übernächsten Donnerstag auch einen Vortrag haben, um die gleiche Uhrzeit mit dem gleichen Prozedere, nur nächste Woche mit Matthias Krebs von Krebs und Herde aus der Schweiz und die Woche drauf mit Sven Nürnberger aus Frankfurt. Und damit ist der heutige abgeschlossen. Ganz, ganz schöne Grüße noch nach Berlin und alles Gute weiterhin. Danke. Vielen Dank. Danke. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020